Alles klar, sehr gerne, machen wir, bis dann, tschüss. Oh, hallo, kommen Sie zum ambulanten Termin? Ach nein, ihr seid ja meine Lieben. Hallo, mein Name ist René Schäfe, Sie kennen mich vielleicht noch aus den letzten YouTube-Videos, die Informationen für die stationäre Aufnahme und unser schönes Patientenzimmer. Heute erkläre ich Ihnen mal was zu unserer Spezialambulanz. Hallo, so, wir bieten eine Spezialambulanz an für Bewegungsstörungen, zum Beispiel Morbus Parkinson, Essentieller Tremor und Restless Legs-Syndrom. Wir sind zugänglich für gesetzlich Versicherte und Privatversicherte. Gesetzliche Versicherte benötigen nur eine Überweisung von ihrem Neurologen, Privatversicherte benötigen dies nicht, Abrechnung findet nach der GOE für Privatversicherte statt, aber als Selbstzahler ist dies auch möglich für ungefähr ca. 130 Euro für einen ambulanten Termin. So, der Schritt zur Terminvereinbarung geht ganz einfach telefonisch unter 06473 305 8011. Wir bieten auch eine Videosprechstunde an, ganz bequem von zu Hause. Unser Leistungsspektrum umfasst Diagnostik von Bewegungsstörungen unklarer Art, Einleitung ambulanter oder stationärer Untersuchungen, zum Beispiel bildgebende Verfahren, Tremoranalyse, Beratung zur Therapie bei Parkinson-Syndrom, Restless Legs-Syndrom und essentiellen Tremor und sogar Einleitung und Betreuung spezifischer Therapieverfahren, tiefe Hirnstimulation, die innovative, magnetresonanzgesteuerte, fokussierte Ultraschalltherapie, Apomorphin-Pen, Apomorphin-Pumpe, duodenale Levodopa-Sonden und stationäre Aufnahme bei Bedarf zur weiterführenden Diagnostik und Therapie. Zurzeit haben wir leider eine etwas längere Wartezeit, aber ab Juli 2024 erweitern wir unsere Kapazitäten und das heißt, da würde sich drastisch schmälern. Also, vielen Dank, meine Lieben, dass ihr mir wieder zugehört habt. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal.